Die Verträge sind gemacht Und es wurde viel gelacht Und was ist es so gesehen? Freiheit, Freiheit Die Kapelle unterteilt Und der Papst war auch schon da Und mein Nachbar vor Der PS Ende passt Freiheit, Freiheit Freiheit Ist die einzige, die fehlt Freiheit, Freiheit Freiheit Ist die einzige, die fehlt Der Mensch ist leider nicht naiv Der Mensch ist leider limitiert Der Mensch ist leider nicht naiv Freiheit, Freiheit Freiheit, Freiheit 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 Ist das einzige, die fehlt So komm ich jetzt meine Süßen, komm! Freiheit, Freiheit Freiheit, Freiheit Freiheit, Freiheit Und ein schönes neues Jahr! Habt ihr noch ein wichtiges Statement, was ihr uns unbedingt mit auf den Weg geben wollt? Ja, vielleicht in meinem Kofferraum dann, ne? In deinem Kofferraum, ja? Hast du einen großen Kofferraum, da müssen viele Leute Platz haben Ja, es wurde einfach mal ratzi-fatzzi zugemacht Haben wir ja irgendwie Glück gehabt Dass wir dann auch kurz rausgekommen sind Dann können wir uns als wenigstens filmisch begleiten das Ganze Ich möchte hier gerne über die Straße, weil ich mal drüben wohne In der Flora-Promenade Hier ist doch eine Schikane was gemacht Könnten Sie bitte einfach Abstand zu mir halten, dann ist das kein Problem Können Sie das auch erklären? Ich hab auch und ich hab eine Befreiung, also ich darf keine Maske tragen Wenn Sie keine Maske tragen können, dann können Sie hier auch nicht dran teilnehmen Musik 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 So, die Bullen sind hinter uns. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich im Abstand halten, Abstand halten bitte. Würden Sie bitte einmal kurz die Videodokumentation ausschalten, weil sich jetzt eine polizeiliche Maßnahme befinden? Darf man die nicht filmen, so polizeiliche Maßnahmen? Sie können polizeiliche Maßnahmen von außen filmen, aber wenn Sie Betroffener sind erstmal nicht. Schalten Sie es mal bitte aus. Ich darf das von außen filmen, das hat der Kollege ja gerade selber gesagt. Sein Wunsch war, er hat geschrieben, mein Wunsch Dialog, das hat die Polizei gerade beschlagnahmt. Was ist los? Was ist los? Das wäre eine Fahnenkirche nach unten.